Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Minecraft, Minewar. Und in der letzten Folge habe ich mal ein bisschen Sand geholt. Und jetzt geht es allerdings noch ein bisschen Clay holen. Das ist dann einmal da drüben. Und danach einmal zum Savadabi, durchs Netherportal. Das soll ich aber vielleicht zuerst machen. Ich weiß ja nicht, wie lang sein Training geht, ne? Oder ob noch jemand anderes auf den Server kommt. Oh lol. Scheiße. Sterbe ich jetzt? Oder nicht? Bitte nicht. Oh. Okay. So, erstmal hier zum Savadabi. Ich habe gerade nur R gedrückt. Und dann steige ich anscheinend, beziehungsweise dann gibt es da so diesen Fehler. Das war schon mal, beziehungsweise auch bei dem Valkyrie oder wie der heißt. Weiß nicht mehr ganz genau, wie es ausgesprungen wird. So, da ist auf jeden Fall die Landebahn. Landen wir doch mal dort. So. Und einmal. Auf in Nether. So. Einmal. Zack. Hier rein. Bitte seid friedlich. Tue ich nichts. Seid ihr friedlich? Bitte seid friedlich. Tue ich nichts. Ich glaube ich nur hier kürz'n paar Fackeln. So. Closedone. Muss ich echt gucken, wo Closedone hier ist. Äh. Oh lol. Okay. Der hinten ist noch Closedone. Da ist noch ein Grabstein. Er hat gesagt, im Nether die Dinger braucht er nicht mehr. Oh, du Sommerjackpot. Alter. Oh cool. Das nehme ich doch mal. Zeig dazu nicht. Nein. Aber wenn man es eben nicht braucht. Okay. Gut, weil ich was zu essen. Ja, Äpfel. So. Das Sand hätte aber runterfallen können. Der Krabbel mal nicht. Gut, gut, gut. Dann. Einmal hier ein paar Plöckis. Ah. Sehr nice. Sehr nice. Sehr nice hat einer mitgedacht. Da hat sich der Waffelmeister, wenn der Waffelmeister, wenn er hintergeht, hat er bestimmt die Sachen nicht dabei. Und das ist auch immer sehr, sehr nett. Gut. Gut. Dann bauen wir das hier alles mal ab. Und hier mal noch ein Fagel hin. So. So. Und hier habe ich auch mal gut Clothstone für Gunpowder. ich weiß gar nicht gibt es ja auch places die dann das place powderzeug droppen würde das eigentlich nicht drauf gehen total ist voll so ich weiß gar nicht ob die places hier place powder droppen in dem modpack irgendwie mal im single player ausprobieren haben wir schon 60 bisschen was brauchen wir noch nehmen wir gerade noch mal hier hinten nehmen wir vielleicht noch mal hier hinten das mit das ist ja so eine plattform hier bauen natürlich auch hoffen damit der gast jetzt kommt so dann können wir mal hier den ganzen glowstone mitnehmen das passt perfekt hier alles ne kriegen wir auf jeden fall mal richtig viel soll jetzt glaube ich sogar schon fast lang aber ich würde sagen wir nehmen einfach trotzdem mal alles mit spitzhack jetzt erstmal nicht ich schiebe hier den ganzen glowstone mit aber auch am besten gesiekt damit ich hier nicht runter falle falls ich doch irgendwie hier so dann einmal schnell hier runter gucken dass wir von einem gast weg kommen dann ja ich glaube dann gehe ich mal wieder zu oh ne das würde jetzt nicht noch sein müssen so so hier muss doch irgendwie runter gehen genau dann da hinten durch perfekt dann haben wir unseren niederausflug auch schon perfekt gemeistert hier haben wir noch ein paar äpfel gekriegt vom sabadabi das ist auch nett ne oh lol ach ich dachte schon ok ok sehr sehr nice auf jeden fall und wenn ich ganz so nice ist das jetzt nacht ist dann müssen wir sogar mal bei ihm schlafen gehen ach du leiser ok wir gehen aber auf jeden fall nochmal bei uns dann schlafen sozusagen vertauschte welten gut so ich bin immer noch allein auf dem server so mag ich das sehr gut vor allem jetzt gerade so in dieser aufbau phase da wäre es jetzt richtig scheiße wenn mich jemand stört und jetzt habe ich das problem ja gut ok ähm ich glaube dann mache ich ups dann mache ich noch schnell die abmoderation denn ich glaube das klappt jetzt nicht mehr so einfach und ja wenn es euch gefallen hat dann lasst jetzt mal den daumen nach oben da und ja bis dahin macht's gut euer waffenmeister und tschau tschau bis morgen tschau h